Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Bundesbankpräsident Welteke steht wegen der umstrittenen Übernahme von Hotelkosten durch die Dresdner Bank weiter unter Druck. Bundesfinanzminister Eichel ging auf Distanz und betonte, es sei Sache der Bundesbank für Klärung zu sorgen. Die Union sieht dienstliche und private Belange vermischt und fordert Konsequenzen. Die SPD kritisierte Welteke, hält den Vorgang aber für einen Einzelfall. Welteke und die Bundesbank haben die Hotelkosten heute zurückgezahlt. Berlin feiert Silvester 2001 und keine 200 Meter entfernt stößt dem Hotel Adlon Bundesbankpräsident Welteke mit Finanzminister Eichel auf die Einführung des Euro an. Für Welteke und seine Familie übernahm die Dresdner Bank die Hotelkosten in Höhe von 7.661 Euro. Vier Tage lang wohnte Welteke in der noblen Pariser Platzwied. Die Kostenübernahme durch die Dresdner Bank hielt Welteke noch am Wochenende für legitim. Ja, sollte ich das selber bezahlen? Natürlich, wenn ich an einer Veranstaltung eines Dritten teilnehme und der mich dazu einlädt, dann gehe ich auch davon aus, dass von dem die Kosten übernommen werden. Nach öffentlicher Kritik teilte Welteke heute schriftlich mit, dass er zwei Übernachtungen selbst zahle, den Rest trage die Bundesbank, weil es sich anfangs um einen dienstlichen Anlass gehandelt habe. Die Kritik an Welteke verstummte jedoch nicht. Im Rahmen der Bundesregierung mit ihren Verhaltensregeln wäre ein solcher Vorgang nicht möglich. Für meine Begriffe hat er seine Autorität als Präsident der Deutschen Bundesbank national und international verspielt. Er muss gehen. Dass also der Bundesbanker eine Einladung einer Bank annimmt in diesem Umfang und sich gar nichts dabei denkt, das ist problematisch. Der Vorstand der Bundesbank hält das Verhalten Weltekes für keine schwere Verfehlung, die eine Amtsenthebung rechtfertigen würde. Deshalb, so ein Sprecher, sei die Prüfung des Sachverhalts 2001 rechtlich abgeschlossen worden. Niemand aus der Bundesregierung stellte sich heute schützend vor Welteke. Mit großen Kopfschütteln, heißt es aus Regierungskreisen, habe man sein Verhalten zur Kenntnis genommen. Unabhängig von allen Rechtsfragen sei es moralisch nicht nachzuvollziehen. Angesichts der schweren Unruhen im Irak haben die USA ein hartes Vorgehen gegen den radikalen Schiitenführer Assad angekündigt. Nach Angaben der US-Zivilverwaltung liegt gegen ihn schon länger ein Haftbefehl vor. Sein Land werde sich nicht von Gangstern und Terroristen vom Kurs im Irak abbringen lassen, sagte US-Präsident Bush. Die USA hielten daran fest, die Macht Ende Juni an eine irakische Regierung zu übergeben. In Bagdad und Basra gingen die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Assad und den Besatzungstruppen weiter. Seit gestern wurden mindestens 50 Iraker und zwölf Soldaten getötet. In der südirakischen Küstenstadt Basra hatten Anhänger des Schiitenführers Moktada al-Sadr im Morgengrauen den Sitz des Provinzgouverneurs gestürmt. Bei Schusswechseln mit britischen Truppen sollen drei Iraker getötet worden sein. Aufräumarbeiten und Trauer in Bagdads schiitischem Vorort Sadr City. Nach den bislang heftigsten Kämpfen zwischen Schiiten und Besatzungstruppen wurden in der Schiitenhochburg Särge mit den Leichen der Opfer durch die Straßen getragen. Am Mittag dann der Beschuss eines Assadr-Hauptquartiers in einem nördlichen Viertel Bagdads durch US-Kampfhubschrauber. Die US-Zivilverwaltung hat den radikalen Geistlichen als Drahtzieher der Unruhen ausgemacht. Wir werden das nicht tolerieren, sagte US-Zivilverwalter Paul Bremer in einem Pressegespräch und bezeichnete Assadr als Gesetzlosen. Später wurde bekannt, dass Haftbefehl gegen diesen erlassen worden sei, wegen der Tötung eines anderen schiitischen Geistlichen vor einem Jahr. Der 32-jährige radikale Assadr verpflicht eine kompromisslose Linie gegenüber den Besatzungsmächten, erkennt die Übergangsverfassung nicht an und hat sich eine Privatmiliz aus radikalen Jugendlichen geschaffen, die sogenannte Almachti-Armee. Auf die Nachricht von dem Haftbefehl gegen ihn sagte er, darauf bin ich stolz, wir werden uns weiterhin widersetzen. Mit dem Haftbefehl gegen den Schiiten-Prediger Moktada Assadr haben die USA die Strategie der harten Hand gewählt. Schon bei den sunnitischen Aufständischen in Fallujah, Ramadi und Tikrit hat diese bislang nicht die gewünschten Resultate erzielt. Eine Verhaftung Assadriss nun würde mit Sicherheit eine weitere Radikalisierung der Schiiten bedeuten und das wäre extrem gefährlich. Angesichts der Unruhen im Irak erwägen die USA offenbar, weitere Truppen in das besetzte Land zu entsenden. Der Befehlshaber für die Region, General Abisait, habe eine entsprechende Anfrage an das Verteidigungsministerium in Washington gerichtet, meldet der US-Sender CNN. Der General sei besorgt über die jüngste Entwicklung. Verteidigungsminister Rumsfeld hatte bislang betont, an der gegenwärtigen Truppenstärke festzuhalten. Nach den Anschlägen auf Pendlerzüge in Madrid melden die Ermittler einen neuen Fahndungserfolg. Bereits am Wochenende seien nahe Madrid und in der spanischen Exklave Ceuta weitere zwei Verdächtige festgenommen worden, teilten die Sicherheitsbehörden heute mit. Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge hatte sich am Samstag bei einer Polizeirazzia zusammen mit Komplizen in die Luft gesprengt. In einem Schreiben an eine spanische Zeitung drohte der Verfasser im Namen des Terrornetzwerks Al-Qaida mit neuen Anschlägen. Spezialeinheiten der französischen Polizei haben bei Razzien in Paris 13 mutmaßliche Terroristen festgenommen. Unter ihnen den Chef einer marokkanisch-islamistischen Kampfgruppe, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahesteht. Zwei der Festgenommenen wurden mit internationalem Haftbefehl gesucht. Nach Angaben des Geheimdienstes sollen mindestens sechs Verdächtige mittel- und unmittelbar an den Anschlägen von Casablanca beteiligt gewesen sein. Dort waren im Mai vergangenen Jahres 45 Menschen getötet worden. Israels Ministerpräsident Sharon hat seine Drohungen gegen Palästinenser Präsident Arafat erneuert. Er fühle sich nicht mehr an seine Zusage an die USA gebunden, keine Gewalt gegen Arafat anzuwenden, sagte Sharon in einem Zeitungsinterview. Wer Juden töte oder dazu aufrufe, stehe auf der schwarzen Liste. Zugleich kündigte Sharon an, bei einem Abzug aus dem Gazastreifen alle jüdischen Siedlungen aufzugeben und das Gebiet vorübergehend vollständig abzuregeln. Bundesverteidigungsminister Struck hat erstmals seit den schweren Unruhen Mitte März im Kosovo Bundeswehreinheiten in der südserbischen Provinz besucht. Struck sagte in Pristina, die offene Gewalt zwischen Kosovo-Albanern und Serben hätte die Bundesregierung schwer enttäuscht und die Bemühungen um eine Lösung des Kosovo-Problems zurückgeworfen. Deutschland spielt jetzt schon eine große Rolle im Kosovo. Wir stellen das größte Kontingent an Soldaten mit knapp 4000. Wir werden uns im Rahmen der Europäischen Union zunächst auch in Bosnien-Herzegowina dann engagieren. Ab Anfang des nächsten Jahres wird es ein Mandat der EU für Bosnien geben. Unsere Rolle hier bleibt unverändert stark. Die Bundesregierung hat nach dem ersten Quartal weitgehend zufrieden Zwischenbilanz zur Gesundheitsreform gezogen. Die Patientenbeauftragte Kühn-Mängel räumte aber ein, dass die Reform viele Menschen mit geringem Einkommen hart treffe. Anfangs habe es eine Flut von Anfragen und Beschwerden gegeben. Oft seien dabei Kassen und Ärzte ihrer Beratungspflicht nicht nachgekommen. Kritik an der Gesundheitsreform kam erneut von Ärzten und der Pharmaindustrie sowie von Sozialverbänden. Die Koalitionsparteien bekennen sich auch nach den Massendemonstrationen vom Wochenende weiter zu ihrem Reformkurs. Umgesteuert werde nicht, hieß es heute übereinstimmend von führenden Sozialdemokraten und Grünen. Man sei aber zum Dialog bereit. Allerdings, so erklärte SPD-Generalsekretär Beneta, müssten die Gewerkschaften als Initiatoren der Protester jetzt auch sagen, wie ihre Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit umgesetzt werden könnte. Am Wochenende wurde hier demonstriert. Heute wird diskutiert und analysiert. Die Großdemonstrationen haben Spuren hinterlassen. Sie sorgen für politischen Gesprächsstoff. Nun demonstrieren die Regierungsparteien, und zwar Geschlossenheit. Man werde an dem bisherigen Kurs festhalten. Man hat nochmal eine Zusammenfassung vieles, vielen Unmuts gemerkt, der schon die ganze Zeit auch da war. Aber wenn man Reformen in Gang setzen möchte, dann kann man einfach nicht nur den Leuten nach dem Mund reden, sondern dann muss man tun, was notwendig ist. Bei den Grünen heißt es, man teile Forderungen vom Wochenende gegen Lohndumping und für mehr Gerechtigkeit. Über ein Mindestlohngesetz solle verstärkt diskutiert werden. Die grundsätzliche Linie aber bleibt. Die Bereitschaft, diese Dinge umzubauen, die werden wir weiter aufbringen. Und die muss man auch von den Gewerkschaften einfordern. Ich glaube, wer da die Augen verschließt, wacht am anderen Tag auf mit einer Sozialstaatsruine, die sich nicht mehr verteidigen und die sich auch nicht mehr umbauen ließe. Rot-Grün wirft den Gewerkschaften vor, es fehlten konstruktive Vorschläge. Nur gegen etwas sein, reiche nicht. Das will der DGB so nicht auf sich sitzen lassen. Also Protestaktionen mit mehr als einer halben Million Menschen sind keine Fachkonferenzen und keine Expertentagungen. Hier ist ein Signal gesetzt worden und das sollte die Politik sehr beachten. Die Positionen zwischen Politik und Gewerkschaften liegen noch weit auseinander. Und so werden weitere Demonstrationen folgen, spätestens am 1. Mai. In die kommenden Tarifverhandlungen im Bankgewerbe will die Gewerkschaft Verdi mit einer Gesamtforderung von 4% mehr Einkommen gehen. Dabei will sie auch Regelungen zur Arbeitsplatzsicherung erreichen. Verdi argumentiert, der Produktivitätszuwachs in der Branche sei deutlich höher als in der Gesamtwirtschaft. Die Bankarbeitgeber wiesen die Forderung zurück. Die Gewerkschaft missachte den Ertragsdruck des Kreditgewerbes. Im Rechtsstreit zwischen der EU und dem US-Tabakkonzern Philip Morris um den Zigarettenschmuggel bahnt sich eine Wende an. Insgesamt eine Milliarde Dollar hat das Unternehmen Brüssel für eine außergerichtliche Einigung angeboten. Die EU hatte Philip Morris vorgeworfen, der Konzern leiste durch überdimensionierte Zigarettenlieferungen in die osteuropäischen Länder dem Schmuggel in den Bereich der EU zumindest Vorschub. Razzia, Zigarettenschmuggel, das derzeit brisanteste Problem europäischer Zollfahnder. In Brüssel steht jetzt eine bislang geheim gehaltene Vereinbarung kurz vor dem Abschluss. Ein Deal zwischen dem Zigarettenkonzern Philip Morris und der Kommission. Der US-Tabakkrise will eine Milliarde US-Dollar nach Brüssel überweisen für den Kampf gegen Zigarettenschmuggel. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sehr viel effektiver gegen den Schmuggel vorgehen als jeder Einzelne. Und der Konzern profitiert auch, denn im Gegenzug verzichtet Brüssel auf Klage gegen Philip Morris wegen Beteiligung am Zigarettenschmuggel. Der Hintergrund. Eine Million geschmuggelte Schachteln pro Tag, mindestens eine Milliarde Euro Steuerausfälle für die Union. Gewaltige Mengen, die, so Zoll und Kommission, nicht ohne Wissen der Zigarettenindustrie durchgehen könnten. Doch die Klage gegen Philip Morris wegen Schmuggel und Geldwäsche ist jetzt vom Tisch. Hinsichtlich dieser Firma wird dieses Abkommen dann auch juristische Streitigkeiten in Bezug auf die Vergangenheit beenden. Noch in diesem Monat soll das Abkommen unterzeichnet werden. Die Kommission ist zufrieden, die Experten jedoch skeptisch. Eine Milliarde Dollar, das ist im Kampf gegen die Zigarettenmafia ein Tropfen auf den heißen Stein, heißt es. Und für den Tabakriesen Philip Morris bei einem Umsatz von 33 Milliarden ein Taschengeld. In Österreich machen Umweltschützer wieder gegen den Transitverkehr mobil. Sie begannen heute mit Straßenblockaden, um ihren Protesten vor allem gegen die zunehmende Belastung durch Lastwagen-Nachdruck zu verleihen. Mit Behinderungen auf viel befahrenen Strecken der Alpenrepublik müssen vor allem Osterurlauber mit dem Ziel Italien rechnen. Schwerpunkte der jeweils mehrstündigen Blockaden sind noch bis Mittwochnacht die Nord-Süd-Verbindungen über den Fernpass, die Inntal- und die Tauern-Autobahn. Inntal-Autobahn bei Kramsach in Tirol. Pünktlich um halb drei leitet die Gendarmerie den Verkehr ab auf die Bundesstraße. Ab hier ist die Autobahn auf mehreren Kilometern gesperrt. Der Protest gegen den Schwerlastverkehr durch Österreich, ordentlich angemeldet und behördlich genehmigt. Wenige Kilometer weiter haben die Organisatoren der Blockaden zur Bürgerversammlung aufgerufen. Volksfeststimmung auf der Autobahn mit einem ernsten Hintergrund. Der Schwerverkehr nimmt immer weiter zu, eine Begrenzung gibt es nicht mehr. Mit Beginn des Jahres ist der Transitvertrag zwischen Österreich und der EU ersatzlos ausgelaufen. Trotz mehrjähriger Proteste gehe für die Menschen immer mehr Lebensraum verloren, heißt es. Daher müssen die Bürger jetzt wieder mit Protestmaßnahmen auf der Straße diese Bedingungen einfordern, die wir brauchen, damit unsere Kinder nicht vergiftet werden. Die Zwangspause für sie ist nur kurz, die Bilanz dagegen ernüchternd. Der Schwerverkehr im Alpenraum hat sich in 20 Jahren verdoppelt. Knapp 1,8 Millionen Fahrten sind es pro Jahr allein in Österreich. Dagegen wollen die Anwohner weiter protestieren, auch in den nächsten Tagen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 6. April. Typisches Aprilwetter. Am Rande des Tiefs über der Nordsee strömt Polarluft nach Mitteleuropa. Regen und Graupel liegen in der Luft. Schneeschauer fallen morgen im Bergland oberhalb von 700 Metern. In Südeuropa, vor allem im westlichen Mittelmeerraum, sieht es dagegen freundlicher aus. Auch heute Nacht muss mit Schauern gerechnet werden. In höheren Lagen schneit es. Stellenweise herrschen winterliche Straßenverhältnisse. Morgen früh ziehen von Westen neue Wolken heran. Sie sorgen wieder für teilweise kräftige Regen- und Graupelschauer örtlich kurze Gewitter. Im Süden regnet es auch mal länger. In der Mitte und im Süden wird der Wind stark. Vor allem in den Höhenlagen Süddeutschlands stürmische Böen bzw. Sturmböen. Heute Nacht im Süden stellenweise nur 1 Grad, an der Nordsee 5 Grad. Morgen 10 Grad in der Lausitz und am Rhein. Im Süden 6 bis 7 Grad, an der Ostsee 5 Grad. Unverändert niedrige Temperaturen. Auch am Mittwoch nasskaltes Aprilwetter. In der Nacht auf Donnerstag gibt es stellenweise leichten Frost. Am Gründonnerstag ist es häufig stark bewölkt. Wiederschauer und Gewitter. Am Karfreitag beruhigt sich das Wetter, nur im Osten fallen noch Schauer.